hallo messerbegeisterte ich bin der serge von onlineshop www.jahr-messer.de eine neue lieferung aus lottaust ist da und ist bereits in meinem onlineshop eingestellt was ist gekommen also hier ganz neu zum beispiel ja das ist jetzt hier ein norca alle alle diese elf messer sind aus n690 stahl hier wieder jetzt zum beispiel norca ganz neu einmal zweimal hier mit satin und poliert alle messer sind mit mir karta das ist alles mit karte hier was jetzt hier noch nur zum beispiel hier kasten wiking zum beispiel hier dann habe ich hier fuchs kasten kneif so sieht es aus genau dann hier berserker leopard einmal zwei zweimal leopard dann hier custom wieselmesser ich meine jemand hat sich dafür interessiert also bitte dann einfach in mein shop dann noch mal nachsehen beziehungsweise kaufen hier wie gesagt hier zweimal wiesel und noch mal zweimal remesser alle sind mit so einer angefertigte lederscheide versehen ja diese dieser jahrestragesystem ist hier auch mit dabei drei möglichkeiten gibt es hierzu zum zu tragen genau so das war es auch schon ich werde jetzt mit sicherheit zu einzelnen messern noch ja zum beispiel so für norca werde ich mit sicherheit noch ein extra video noch mal machen ja so als information und video beschreibung und so weiter ansonsten leute wenn jemand interesse hat dann einfach mal in meinen shop reinschauen und wenn euch das video gefallen hat abonniert meinen kanal ja und ich sag mal danke schön fürs zuschauen und tschüss